Schon seit 1969 gibt es das Internet, damals ins Leben gerufen durch das amerikanische Verteidigungsministerium und schon schnell vor allem als Kommunikationsmittel zwischen Forschungseinrichtungen benutzt. 1989 wurde dann das World Wide Web am CERN in Genf entwickelt, das über Webseiten erstmals einfache Dokumente mit Links darstellen konnte. Seitdem haben uns Meilensteine wie der Internet Explorer, Google, Wikipedia, Facebook und natürlich auch YouTube grundlegend geprägt. Doch wie wird sich das Internet weiterentwickeln? Inwieweit übernimmt künstliche Intelligenz die Kontrolle? Hier die vier spannendsten Visionen über das Internet der Zukunft. Herzlich willkommen bei Clixoom Science & Fiction. Ja, nächste Woche bin ich am CERN. Dort, wo sich der Large Hadron Collider, der größte Teilchenbeschleuniger der Welt befindet und das World Wide Web, wurde dort von Tim Berners-Lee erfunden. Der erste Web-Server stand dort auch in Form eines Next Cubes. Das war ein Rechner, den damals Steve Jobs mit seiner Firma Next entwickelt hatte. Heute läuft eine Weiterentwicklung des Betriebssystems dieses Rechners auf den modernen Macs. Aber das ist eine andere Geschichte. Kommen wir also zu den Top 4 Zukunftsvisionen für das Internet. Es gibt nämlich mehrere Perspektiven, wohin die Reise geht. Erste Vision. Künstliche Intelligenz kontrolliert das Internet. Die vierte industrielle Revolution im Internet. Experten und Expertinnen sind sich einig, dass das Netz schon bald Arbeiten automatisiert, die bislang nur Menschen ausführen konnten. Und zwar durch verschiedene Anwendungen mit künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen. Ganze Fabriken können gesteuert werden. Die Entwicklung von Software geschieht automatisch und auch eine medizinische Diagnose könnte demnächst direkt im Netz stattfinden. Denn das ist auch klar. Die KI, die künstliche Intelligenz im Netz, kann sehr viel schneller riesige Datenbanken durchsuchen und abgleichen, sowie Muster erkennen als wir Menschen. Bleiben wir mal im medizinischen Bereich. Denn Tech-Firmen wie Microsoft, Facebook, Amazon, Apple und Google sind fest davon überzeugt, das Verständnis von Krankheiten sei letztlich ein Datenproblem, das gelöst werden muss. Die Instrumente künstliche Intelligenz und die Analyse und Auswertung riesiger Datenmengen innerhalb kürzester Zeit. Dazu ein konkretes Beispiel aus der Praxis. Bei Amazon geht es hauptsächlich um virtuelle Arztbesuche und darum, wie sich riesige Datenmengen im medizinischen Bereich in einer Cloud speichern lassen. Oder das Microsoft-Projekt Hannover. Computer sollen sich zunächst einmal das komplette medizinische Wissen aneignen. Heißt also, Studien lesen und verstehen. Millionen von Artikeln sind verfügbar und täglich kommen neue Erkenntnisse hinzu. Schier unmöglich für uns Menschen, kein großes Problem dagegen für Maschinen. Statt einen Wirkstoff nach dem anderen zu testen, könnte intelligente Software auf Grundlage der genomischen Daten der Patienten die Literatur nach der perfekten Medikamentenkombination durchsuchen. Auf einen Schlag können so tausende von Kombinationen analysiert werden und dem Ärzteteam vorgeschlagen werden. Durch die Zusammenarbeit mit dem Menschen könnten die Maschinen dann sogar immer weiter dazulernen und ihre Intelligenz ausbauen. Und das ist nicht das einzige Projekt, das Hoffnung macht. IBM hat eine KI entwickelt, die die DNA-Sequenzierung eines Gehirntumors schneller und zuverlässiger analysiert hat, als das gesamte Team der menschlichen Experten und Expertinnen. In Israel arbeitet ein Forschungsteam an einem virtuellen Gesundheitsassistenten, der die Patienten und Patientinnen im Chat berät. Die Maschine hat Zugriff auf eine riesige Datenbank und allen Aufnahmeprotokollen, bei Wunsch zudem auf die persönlichen Daten der Patienten und Patientinnen. Zweite Vision, super schneller und zuverlässiger Internetzugang auf der gesamten Erde. Richtig gutes und schnelles Netz haben wir hier, selbst in Deutschland, nur in bestimmten Regionen und Großstädten. In ländlichen Gebieten, der Wüste, abgelegenen Inseln oder gar dem Dschungel sieht das ganz anders aus. Das will Elon Musk mit seinem Raumfahrtunternehmen SpaceX ändern und im Laufe der nächsten Jahre Kommunikationssatelliten in den niedrigen Orbit schicken, die die ganze Welt umspannen. So sollen alle an schnellem Zugang zum Internet kommen. Dieses Ziel haben und hatten auch andere, doch der Plan von Musk übertrifft alle anderen Projekte, sowohl in seiner angepeilten Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Dimensionen. Bis 2025 soll das ganze Netz aufgebaut sein, dessen Konzept dann später so auch für den Mars übernommen werden soll. Auch das Unternehmen OneWeb hat ähnliche Pläne und will ein Netz aus knapp 900 Satelliten aufbauen. Vielleicht gibt es in Zukunft aber auch vermehrt autonome Netze, also WLAN-Verbindungen, die zwischen einzelnen Smartphones gebildet werden. Beispielsweise wurde nach dem schweren Erdbeben im Haiti ein Messenger entwickelt, der Nachrichten über ein Peer-to-Peer-Netz weiterleitet. Denn ja, über weite Strecken fiel dort das gewöhnliche Internet aus. Dieses Konzept nutzt die Möglichkeit moderner Telefone, gänzlich autonome Mesh-Netze zu bilden. Das heißt also, selbst wenn das Internet komplett ausfällt, können Handys, Tablets und Computer dann ein eigenes, autonomes, unabhängiges Netz aufbauen. Dritte Vision, menschliche Gehirne werden mit dem Internet verbunden. Wir haben darüber hier bei Clixoom Science & Fiction berichtet. Erst vor kurzem ist es einem Forschungsteam tatsächlich gelungen, zum ersten Mal das menschliche Gehirn mit dem Internet zu verbinden. Und in Zukunft sollen dann auch Daten wirklich auf unser Gehirn übertragbar sein. Das Experiment aus Washington hat deutlich gemacht, dass die Kommunikation zwischen zwei Menschen, die Hirnströme über das Internet austauschen, schon jetzt funktioniert. Und auch viele Unternehmen haben genau diese Vision. Beispielsweise der Unternehmer Elon Musk mit seiner Firma Neuralink. Ja, da haben wir ihn wieder. Wer hätte das gedacht? In seinen Vorstellungen können wir in einigen Jahrzehnten elektronische Geräte direkt mit unserem Gehirn verbinden. Und zwar mit Hilfe implantierter Chips im Hirn, die Bits und Bytes in Gedanken übersetzen können und umgekehrt. Auch Facebook hat ähnliche Pläne. Menschen sollen demnächst direkt aus dem Gehirn heraus Worte im Computer schreiben lassen. 100 Worte pro Minute, das ist das Ziel. Das Forschungsteam von Facebook sei nun dabei, sehr empfindliche Sensoren zu entwickeln, die die Aktivität im Gehirn sehr genau verfolgen können. So wäre es dann auch nicht mehr notwendig, die einzelnen Buchstaben im Kopf zu bilden, was zudem dazu führen könnte, dass wir bald auch andere Sprachen sprechen könnten. Und zwar ohne sie vorher zu lernen. Der Gedanke an einen Behälter in der Hand, aus dem man Flüssigkeit trinken kann, könnte dann direkt mit dem entsprechenden Fremdwort für Tasse auf Japanisch oder Englisch umgesetzt werden. Falls dies alles funktioniert, würde es die Welt, wie wir sie kennen, komplett umkrempeln. Anstatt eine E-Mail zu tippen, würde es ausreichen, einfach kurz an den gewünschten Inhalt zu denken. Der Computer verwandelt unsere Gedanken dann in den entsprechenden Text um. Zudem hätten wir Zugriff auf die Gedanken und Erfahrungen anderer Menschen. So könnten wir also problemlos die Erfahrungen von anderen erleben, zum Beispiel die eines Promis oder eines Soldaten. Auch wenn wir bestimmtes Fachwissen haben wollen, müssten wir nur an diesen Wunsch denken und könnten schon die Gedanken entsprechender Experten und Expertinnen herunterladen. Vierte Vision. Super sicheres Internet durch Quanten. Vielleicht habt ihr es ja mitbekommen. Ich war letztens an der Uni in Wien. Zum einen habe ich selbst dort einen Vortrag gehalten, zum anderen aber auch Professor Philipp Walter, einen der Experten für Quantenkryptografie weltweit kennengelernt. Die Forschung ist an der Universität Wien schon extrem weit seit Mitte letzten Jahres. Den sind die Hoffnung groß in Sachen Quantennetz. Den chinesischen Satelliten Mikios sehen viele als den Vorboten einer neuen Ära, denn er überträgt quantenverschränkte Infrarot-Photonendaten statt Radiowellen. Und das absolut abhörsicher. Im Fachmagazin Nature vermeldete ein Forschungsteam aus China dann das unfassbare. Mikios war tatsächlich in der Lage, den wichtigsten Schritt zu absolvieren, die sogenannte Quantenkryptografie. Konkret heißt das, dass der Quantencode über eine Distanz von rund 2500 Kilometern zwischen Peking und Wien ausgetauscht werden konnte. Und das auch noch bis zu 100 Trillionen mal effizienter als per Glasfaser. Das ist wirklich ein absoluter Meilenstein. Hier werden tatsächlich Lichtteilchen übertragen. Nur wenn das einzelne Teilchen ankommt, funktioniert das System. Nebel oder Wolken können das komplett verhindern. In einigen wenigen Jahrzehnten könnte auf dieser Basis ein Quantensatellitennetz entstehen, das absolute abhörsichere Kommunikation weltweit ermöglicht. Denn nur die Quantenschlüssel müssen über die Satelliten übertragen werden. Die verschlüsselte Kommunikation funktioniert dann ganz normal über das Internet. Denn das Ganze läuft so, falls der übertragene Schlüssel abgefangen wird, geht die Verschränkung der Photonen kaputt und das merken sowohl Sender als auch Empfänger. Der Schlüssel kann nicht verwendet werden. Experten und Expertinnen sind sich schon heute einig, dass es schwierig sein wird, die Herrschaft im Netz zu behalten. Nicht nur das Militär, sondern auch Geheimdienste oder Kriminelle können die Sicherheitslücken im Internet nutzen, um Vorteile für sich herauszuholen, Geld oder Macht. Die Quantenkryptographie wäre ein wichtiger Schritt zu einem sicheren Netz. Ja, wenn ihr keine Videos zur Entwicklung des Internets und zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann addet mich bei WhatsApp, dann umgeht ihr die kaputte Abo-Box hier auf YouTube und verpasst kein Video. Denn über WhatsApp erfahrt ihr von mir noch vor allen anderen vom neuesten Video täglich und garantiert. Einfach hier draufklicken und am besten auch meinen Schwesterkanal Clixoom Social & Media abonnieren. Da gibt es das Neueste aus der Social-Media-Welt. Dafür hier klicken, aber nicht ganz wichtig, die genau die Glocke vergessen. Und hier geht es weiter mit dafür auch draufklicken, online überholt Fernsehen. Bis dann, bleibt dran.